Hallo meine Freunde und Willkommen zu einem kleinen Special von Doom Raider. Da sehen sie es. Glückwunsch! Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 72% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren und sämtliche unerledigte Aktivitäten abschließen. Das werde ich natürlich für mich alleine offscreen machen. Das Let's Play ist eigentlich durch. Das ist halt nur ein Special, wo wir nochmal in die Extras gehen. Da sind immer auch ganz nette Sachen dabei. Charaktere. Lara Gloft. Na, das ist okay. Galerie 2 freigesperrt, aber das ist halt die Sam. Offiziere der Endurance. Der hier, du alter, du Drecksack. Das geht ja gar nicht. Crew der Endurance. Ach, schöne Bilder. Galerie 5 gesperrt. Okay, okay, okay. Gesperrt, gesperrt. Gut, schade. Schauplätze. Die Endurance. Das haben wir freigeschaltet. Das ist alles gesperrt. Das kann ich natürlich alles, äh, ja. Muss ich halt leider irgendwie dann noch freispiel. Charaktermodelle. Gesperrt. Gesperrt. Ah, schau mal da. Alex. Oder Alex. Schade. Schade, Alex. Den haben wir ja leider in Endurance zurückgelassen. Wer ist das? Endurance Deckarbeiter. Ach, schau mal an. Und die liebe Lara. Hey, man sieht sie ja mal ohne. Unschuldige Lara. Ach, so süß. Man sieht sie ja mal. Kann ich die irgendwie drehen, die Charaktere? Falltaste. Huch. Ah. Ah, schau mal da. Unschuldige Lara. Lara Croft. Überlebende Lara. Da kann man mal sehen, wie sie sich im, äh, im Spiel verändert hat. Erst da sah sie so aus, dann so und dann so. Von den Klamotten her. Also wurde immer schlimmer, sag ich mal. Der Gefangene Solar... Re-Kolos. Gefangener. Alter, der sieht ja übel aus. Iiii. So lange Arme. Uni-Krieger. Uni-Verfolger. Ja, das war bei uns der Endkämpfer. Matthias. Himiko, die Sonnkönigin. Na, okay, die hätte man noch ein bisschen... ...schöner, sag ich mal. ...zeichnen können. Mitwirkende, das sind ja halt hier die... ...äh, Credits-Gedönse. Das brauch ich jetzt nicht. Ich hätte euch gern noch die Filmfrequen... ...das, äh... ...dingens. Keine Errungenschaften. Was? Inhalte zum Herunterladen. Gut, Square Enix. Benchmark, den brauch ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. So, ich klicke da mal gleich, äh, auf Spiel beenden. Äh. Hallo? Hm, na gut. So. War zwar nur ein sehr, 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 sehr coolstes Special, aber wir haben wenigstens noch mal ein bisschen was von den Extras mitgenommen. Und wie gesagt, ich bin auf alle Fälle gespannt auf das nächste Tomb Raider. Das werde ich auf alle Fälle auch spielen, weil hoffentlich wird das auch so geil wie dieses hier. Gut. Bleibt fresh und, ja. Schaut bei mir, Prophet, vorbei, gell? Hey ho und willkommen zurück, äh, nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für ProfitLP, also für mich. Also für mich, wenn wir meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut. Stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.